Warte kurz, ich ruf nen Kollegen an. Yo! Yo! Fadam, what's up? Was geht? Was geht? Alles gut? Ja, ja. Wo bist du? Wo bist du? Äh, bei mir in der Hood. Ich komm zu dir in die Hood. Ja, aber pass auf man, hier sind Schüsse verdammt. Ja, ich komm zum Fuß reingelaufen dann. Ja, okay, das kannst du machen. Kannst du deinen Jungs bescheid sagen, dass wir auf dem Weg sind? Ja, mach ich. Ja, aber ich hab ein neues Outfit an, Digga. Ich hab ein lila Hemd an. Lila Hemd? Lila Hemd, Digga. Du hast ne Weihnachtsmann-Maske auf, Digga. Ja, Weihnachtsmann-Maske für nen scheiß Überfall, verdammt, Mann. Aber ich zieh mir kein lila Hemd an. Boah, ich bin perfekt vorbereitet, was sagt ihr? Heute Abend wird ein Easy-Ding. Ich hol mir heute die Million, Mann. Ich hol mir die Million, Mann. Ich hol mir die Million, Mann. Vertraut mir, ihr wisst gar nicht, wie krass ich bin. Ähm... Mein Kollege Olaf Schaaf kommt hier in die Hutte, also knallt ihn nicht ab. Joa, der muss noch zahlen, für den kommst später. Ja? Der hat noch nicht gezahlt, der muss Geld bringen. Außer er kämpft nicht. Ey, denk an das Geld. Ja, ich hab das Geld dabei. Ja, okay, ich mach auch mit, ne? Was? Ich mach auch mit. Gegen wen boxt du? Gegen euch alle, Mann. Ich vershole alle eure Ärschen, verdammt. Hol mir das Geld, verdammt. Und kauf mir ein bisschen Weed. Digga, sag mal ehrlich, gegen wen boxt du? Keine Ahnung, gegen wen ich boxe. Ich bohau sie alle oben, Mann. Ja, ja, das will ich sehen, Bruder. Ja, wirst du sehen, Mann. Wir sind jetzt in der Straße. Wir kommen jetzt hier runter. Ich stehe auf der Straße, bei dieser Kreuzung, Mann. Oh, 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 oh. Verdammt, Mann. Was ist denn das für ein Hemd? Bruder, was sagst du zu meinem Outfit, Digga? Warte mal. Ey, Sose. Mach mal kurz deine Maske ab. Ne, die bleibt auf. Doch, doch. Ich muss doch bewerten. Nein, das ist das Outfit, Digga. Nicht mein Gesicht. Warte mal, warte mal. Wollen wir, wie viel ist das Outfit wert machen, oder was? Ja, stimmt. Hol Micha hierher. Hol Micha hierher. Micha, wir machen, wie viel ist dein Outfit wert? So, Sosa, machst du das Intro, oder will das ich machen? Ich mache, ich mache. Mach du Intro, ich mache Outro. Ja, aber wo bleibt die Musik, verdammt? Ja, warte mal. Das ging gleich. Mach erst mal das Intro. Jo, äh, was geht verdammt, Mann. Heute neues, wie viel ist dein Outfit wert, äh, hier, auf, äh, hier. Auf SchwanzTV. Ja, auf SchwanzTV. Heute Specialdext, äh, Spesit, äh, Spesit, äh, Spesit, äh, Spesit, äh, Spesit, 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 Spesit. Olaf Scharf. Yeah. Olaf Scharf, verdammt. Was geht, was geht, was geht? So, sein Gesicht wollt ihr nicht sehen, verdammt, deswegen auch die Maske. Ich würde sagen, wir fangen von unten nach oben an, Olaf. Okay. Was sind das denn für Schuhe? Was ist denn das für eine Maske? Das sind die Nikes, Digga. Nein, warte mal, äh. Ja. Wie viel Nike? Huni. Huni? Retail. Resail? Resail, gefragen, weil es meine Füße sind, Zehner. Ach so, Zehner, okay. Ja, ja. Ich sehe schon, die Jeans auch als Besonderes. Ist das Balenciaga oder was? Ne, die Jeans sag ich vom Kick. Ah, Kick ist das. Ah, was weiß ich noch jetzt? Zehner, Zehner, Digga. Zehner, und die Kette, die da dranhängt? Die war schon da dranhängt. Ah, die war da dranhängt. Ist ja ich zur Muckette, ah. Ja, ja. Ja, genau. Okay. Was ist das für eine Tasche, die du anhast? Dein Rucksack? Die, die ist von, äh, weiß ich gar nicht. Von Lidl, von Lidl, die hab ich auch. Von Lidl, ja, ja, ja. Ah, das ist die gute Lidl, die ist robust, ah. Ja, ja, ja. Was hat die kostet? 19,99 sowas, ah? Ja, die waren mit Coupons. Ah, mit Coupons. Ja, mit Coupons. Ja, ja. Die guten Ku-Banks, ah. Ja, okay. Ja, ja, ja. Dein Hemd. Das Hemd war teuer. Wie teuer? Das hat 25 gekostet. 25 Euro, Jungs! Das ist Rekord-Outfit. Rekord-Outfit auf YouTube. Verdammt, man. Rekord. 25. 25er. Die Weste? Die Weste hab ich geklaut. Ach so. Und die Maske, den hab dein Obdachlosen abgezogen. Die hab ich deiner Mutter abgezogen. Ja, oh Mann. Ich weiß, verdammt, Mann. Echt? Ja, oh Mann. Wir müssen seriös bleiben fürs Video, bitte so sein. Okay, okay. Die Handschuhe? Die Handschuhe? Die Handschuhe hab ich im Koch geklaut. Ah, okay, gut. Also das ist am Ende ein Outfit von 60, 70 Euro, ah? Ja, höchstens, ja. Also, bleib doch bei 54, 90 müsste das sein. Ja, ich bin ganz ehrlich. Ja. An die jüngeren Zuschauer da draußen, die das Video sehen, macht es nicht nach. Aber ich verspiele ihm auch mal Geld in das Spiel hoch. Ach gut. Von so aus dieser Team uns ganz, der Freier ist komplett gegen Spiel. Wir sind alle gegen Casino, also. Kein Casino, kein Glücksspiel, keine Wetten, gar nichts. Keine macht den Bogen. Ja, genau. Wo ist das? Und genau, ja. Smockt euch abends und join, verladen, Mann. Schreibt's in die Kommentare, wenn's euch gefallen hat. Wir sehen uns wieder. Servus, Sepp, Meier und Sosa. Oh, ein Mann. Mach die Kamera jetzt aus, richtig. Mach die Kamera aus, Mann. Hey, hey, hey. So ist denn, guck mal hier. So sieht das aber mit deiner Mutter aus. Okay, ja. Jetzt ist vorbei, Mann. Ja, was. Ja, was los, Mann. Ja, was los, Mann. Drei Kombination, Mann. Kennst du All of Toast? Ja, ja, ja. Was machst'n da, Alter. Verdammt. Jo, was soll die Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wie ich... X-Muskel, Mann. Was soll die Scheiße, da. Verdammt, Alter. Tanzt der mir hier rum. Oh. Auf einmal. Auf jetzt, die Ficks. Oh. 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 Jo, verdammt. Du hast ihn umgehauen, Mann. Sepp, Digga. Oh. Ich wusste nicht, dass ich die mit der Waffe schlagen kann. Oh. Oh. Was soll die Scheiße, Mann. Und was haust du ihn um? Jo, verdammt, Mann. Gleich eskaliert die Scheiße hier, hä? Ja, wer will ne Kugel in seinen Kopf? Jungs. Oh. X-Wasser. Ja. Du kämpfst direkt als erstes gegen den Vize von Lost. Gegen den Vize von Lost? Gegen den alten Mann, Alter. Das Ding ist, du kannst nicht nur blamieren. Entweder haust den alten Mann, oder du verlierst gegen den alten Mann. Und er ist gut, Bruder, er ist gut. Was? Was für der ist gut, Mann. Seinen alten Knochen brechig doppelt und dreifach, verdammt. Ja? Wir steigen. Na, der ist ein bisschen dehydriert. Der wollte gerade was trinken, da ist er uns abgekippt. Ja, was denn das für eine Frisur, Alter. Geh mal zum Friseur. Ey, was ich dir jetzt erzähle, ist im Fall... Weißt du, ist ein bisschen hart für dich, Mann. Hör doch weiter, die Sirene drehe ich dir durch, Mann. Ey, Marcel! Was geht, Mann? Ey, Sosa, Digga. Verdammt. Sosa, Digga. Verdammt. Was geht? Digga, lange nichts von dir gehört, Mann. Ja, Mann. Oh, mein Kollege Olaf ist wieder wach. Wer ist Olaf, Digga? Ah, da bist du ja wieder. Ja, hab ich auch schon bemerkt. Ey, Big Sosa, ist das dein kleiner Zwillingsbruder oder was? Nein, nein, das wollte ich ihm ja erzählen. Was ich dir jetzt erzähle, das wird dich jetzt ein bisschen schockieren, aber ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte. Hat deine Mutter wieder rumge... Nein, 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 Mann. Ah, ja, komm mal kurz. Okay, warte mal. Warte. Bei uns. So. Vor... Ungefähr... Ähm... Warte, komm mit. Vor ungefähr 13 Jahren bin ich wieder durch die Straßen gelaufen und ich war ein bisschen hype, bin durch die Straßen gelaufen, bin dann an dem Puff vorbei und dann, ja, da sah ich halt deine Mutter. Alter. Du bist mein Sohn, Mann. Ist doch alles gut, mein Sohn, Mann. Ist doch alles gut, mein Sohn. Alles klar, Männer. Drei. Hunderttausend auf euch. Eins. Gib ihm Jamal. Ja, gib ihm ein Ding, Mann, gib ihm ein Ding, verdammt. Ja, der kann doch gar nichts, Mann. Ja, schau ihn dir an. Ja, gib ihm ein Drill, Mann. Gib ihm ein Drill, verdammt, Mann. Hau ihn doch um, Alter. Was ist denn los mit dir? Hau ihn doch um, Alter. Was ist denn los mit dir? Schlag ihn, Mann. Schlag ihn. Schneller. Härter, Mann. Härter. Was soll'n das, Mann? Ja, was soll die Scheiße? Jo, du kriegst ja voll auf die Fresse, Mann. Jo, jo, jo. Jo. Die Kombo, Mann. Verdammt. Jo. Hau ihn, Mann. Hau ihn. Verdammt. 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 Der ist jetzt sogar. Heute ist Feinheit, Jungs. Gehr die. Gehr die. Gehr die. Gehr die. Gehr die. Gehr die. Jungs, bevor es losgeht, habe ich zwei Jungs in meiner Gang, ja? Vater! Die bete ich mal kurz her, man. Sepp und Toni. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Nein, mach's doch nicht, man. Mach's doch nicht, man. Was soll die Scheiße, man? Ich will die Scheiße nicht von meinem Kampf so. Ihr seid ruhig jetzt, sonst knallt's. Holt die Tomaten raus! Holt die Tomaten raus! Geh nach Hause, Mann! Alles klar, seid ihr topfit? Ob ich topfit bin? Jo, hat noch jemand einen Johnny für mich, Mann, zum Warmmachen? Ich schaue dich, aber lass sie dir weg. Geh nach Hause, Mann! Geh nach Hause, Mann! Geh nach Hause, Mann! Geh nach Hause, Mann! Warum sind hier überhaupt so viele Leute, Mann? Ich habe Kopfschmerzen ohne Ende, verdammt, Mann! Sosa! Sosa, du bist immer ein junges Sosa, du haust ihn jetzt weg! Hau den weg! Sosa, komm her! Warte, ich muss noch was trinken! Warte, Mann, warte, Mann, warte, Mann! Ja, ich bin bereit, Mann! Geh nach Hause, Sosa! Okay, auf drei Jungs! Eins, zwei, drei! Ich versuche deinen Arsch, Mann! Du Meermann! Komm her, Mann! Ui! Auf, Sosa! Harten! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte Verdammt! Ich meine, Jungs. Ich bin auch noch in... Ich war ein Glück im Kampf, Mann. Wer bist du? Miguel, amigo. Oder Miguel. Ich hab dir doch gesagt... Sosa, du bist immer wie mein kleiner Bruder gewesen. Jungs, wie händeln wir das? Auf, Herr Guttobkomm. Junge! Halt deine Schnauze, Mann! Ich versuch deinen scheiß bayerischen Arsch, Mann! Ah, hau, hopp! Kleines Mistkind, der piste dich. Sosa, komm, Sosa! Das Viertelfinale geht los, Jungs! Auf drei! Eins, zwei, drei! Ich versuch deinen bayerischen Arsch! Komm her, Mann! Was ist das? Zipi! Oh! 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 Und ich... Unter Chuka! Okay, das Anhänger geht los! Ich hab Kopfschmerzen, Digga, hä? Digga, das war der wackeste Kampf überhaupt. Jetzt hat er Kopfschmerzen.